Es ist der Jungtrainier- und Schulwettbewerb und es macht sehr viel Spaß. Festzustellen, es funktioniert und auch dass Lehrkräfte merken, man kann es ganz hochflexibel auf die Situation hier eben auch anpassen und das wird hier genauso erfolgreich auch gerade gemacht. Es macht halt Spaß, man muss halt gewinnen oder verlieren. Weil man da Sport macht und man bewegt sich. Weil man hier einfach Spiele machen kann und dann kann man zeigen, dass man sportlich ist und es macht Spaß. Der Jungtrainiert-Grundschulwettbewerb ist super. Er bringt unsere Kinder wieder zum Sport, fordert sie in vielen Bewegungsfeldern und motiviert sie hier im Team zusammenzuarbeiten. Es war gar keine Frage, dass wir hier mitmachen. Wir nehmen jedes Angebot gerne an, was hier zu Bewegungsspielen und Sport gemacht wird. Weil wir es einfach super wichtig finden, dass die Kinder wieder in Bewegung kommen und auch in Bewegung bleiben. Ich bin normal. Ich bin normal. Ich bin normal. Ich bin normal. Bis zum nächsten Mal.